Oh. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. An die gesamten Daten. Melden Sie sich auf Ihren Stationen. Der Käpt'n will die kompletten Dienstpläne sehen. Ich hab sie gerade auf den neuesten Stand gebracht. Gut. Sie wird als erstes nach dem neuen Park für Besatz zu tragen. Die KA-Wer sind bereit an der Angst von Abend an die Neck. Iuiuiuiuiui. Okay, Leute. Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Informiert eure Teams, dass die Undock-Prozedur begonnen hat. Wir haben 20.000 schlafende Kolonisten und müssen wissen, wo wir sie unterbringen, bevor der Wecker klingelt. Sobald wir die Freigabe der Nexus haben, fangen wir an, die Leute aus der Stase zu holen. Damit alles reibungslos verläuft, müssen sich eure Teams untereinander abstimmen und dafür sorgen, dass die Leute in Bewegung bleiben. Irgendwelche Fragen? Was machen wir, wenn jemand während der Reise gestorben ist? Nun, es ist eine traurige Tatsache, dass nicht alle diese Reise überlebt haben werden. Es gibt bereits vereinzelte Berichte über gesundheitliche Probleme infolge dieser Wolke aus dunkler Energie, auf die wir getroffen sind. Falls jemand nicht wieder aufwacht, was hoffentlich die Ausnahme ist, sprecht ihr mit dem Sanitätsoffizier. Wir werden dann die Angehörigen informieren. Und versucht bitte, möglichst dezent vorzugehen. Andromeda ist ein Neubeginn, der nicht von Trauer überschattet werden soll. Ja. Gut. 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 Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Hm. Ähm, ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Hm. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Die kennen wir doch noch. Wir könnten rausfinden, was die VI zu sagen hat. Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft disorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlauffunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als zwei Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios-Cluster bekannt ist. Hier werden Sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten Ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet Sie. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Ähm, und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt ihrer Träume zu entscheiden. Reizt Sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür Sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Tch. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Hm. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Toll. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt unbekannter Fehler. Okay. Hm. Das war echt hilfreich. Also. War wahrscheinlich so. Die Pflanzen sind noch am Leben. Es wirkt, als hätten Sie diesen Ort nie fertiggestellt. Okay. Kommen wir nicht durch. Können wir nicht springen. Ach ja. Hm. Super. Wir müssten eigentlich massenhaft Leute sein. Da ist jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. 100%ig überhandelt es sich dann wahrscheinlich ein Mitglied Arbeitsmannschaft der Nexus. Gerade elektronischer. Hm. Okay. Wieso fragen wir nicht einfach diesen Kerl da vorne? Da schon dabei. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er Sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Ja, gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VE könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen. Oder... Aber Sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tieren Kandross, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Scott Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Äh, wie, wie, wieso? Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontakt-Situation, aber sie ist fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von Ihnen. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist das wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andock-Prozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir? Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Addison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec. Ist tot? Sie müssen verstehen. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken. Wenn Sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Ich bin vielleicht nicht Ihre erste Wahl, aber ja, ich bin bereit. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmorkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben Sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen auf der Nexus. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten Sie deshalb nicht gleich im Keim erstellen. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Mhm. 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 Gut. Nexus-Kontrolle. Nein, das wollten wir so nicht. Haben wir denn eine Wahl? Wir sind auch woher... Also gut. Was ist passiert? Mit was? Es heißt womit. Und ich meine Ihren verdammten Vater. Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Erlek passiert ist. In dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools zu Hause lassen können. Nicht zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Wie passen Sie in die Führungsriege der Nexus? Ich überwache die eigentlichen Ansiedlungsbemühungen. Da die Anzahl der Außenposten derzeit alles andere als ideal ist, habe ich nur begrenzten Einfluss. Worauf Tan mich immer wieder gerne hinweist. Ich habe eine durchaus angemessene Karriere als Amtsleiterin zurückgelassen. Immerhin in einer Provinzhauptstadt. Nur eine neue Galaxie konnte mich davon weglocken. Und jetzt sind wir hier und tun nichts. Ja. Sie haben meinen Vater Erlek genannt. Niemand tut das. Viele von uns haben sich der Initiative wegen seiner Vision angeschlossen. Also dem Teil davon, den er mit anderen geteilt hat. Waren Sie befreundet oder... Ich bin nicht Ihre neue Mutter, falls das Ihre Frage ist. Oder seine Freundin. Er hat es gehasst, dass ich seinen Titel nicht benutzt habe. Aber niemand ist ein Pathfinder, bis er tatsächlich einen Path gefunden hat. Das ist wie bei einer Kolonialdirektorin ohne Kolonien. Es muss irgendeinen Plan für den Umgang mit feindseligen Aliens geben. So naiv können wir nicht gewesen sein. Wir haben mit Leben gerechnet. Nicht mit einem Feind, der jeden Dialog verweigert. Sie greifen nicht an. Sie desinfizieren. Wir sind für Sie nichts als Bakterien. Tut mir leid. 14 Monate und man fängt an poetisch zu werden. So schlimm ist die Lage. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber wir nennen sie Cat. Kandros weiß mehr darüber. Vielleicht zu viel. Sie vertrauen ihm nicht? Ich vertraue darauf, dass er uns verteidigt. Aber einem wachsenden militärischen Einfluss in einer für zivile Zwecke gedachten Initiative vertraue ich nicht. Wir sind hergekommen, um Geschichte zu schreiben, Ryder. Nicht, um sie zu wiederholen. Ach, verdammte Poesie. Es gibt da noch diese fremdartige Technologie. Studiert die schon jemand? Wir haben es versucht. Also nicht ich. Die Genies aus der Forschungsabteilung. Angeblich sind sie auf ihrem Gebiet ziemlich gut. Wollen Sie die aktuelle Ausrede hören? Die Tech, die wir auf dem Mars ausgegraben haben, war zwar weiterentwickelt, aber man musste sie nur anschließen. Die Tech hier hingegen denkt anders. Ich weiß auch nicht. Wir sind hier meist aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Loks der Hyperion über Erle Glauben schenkt, war das vielleicht ganz gut so. Sie hatten in über einem Jahr keinen Erfolg mit der Kolonisation? Wie oft haben Sie es versucht? Nicht so oft, wie Sie denken. Die Geißel, ruinierte Welten, Exilanten, Feinde. Wir können nicht einfach einen Außenposten runterplumpsen lassen und eine fertige Anlage mit Umzäunung erwarten. Vorher müssen der Pathfinder und Sam erkunden, einschätzen und inspirieren. Die Initiative hat ein Ziel versprochen. Und Andromeda hat nicht kooperiert. Und wenn es das hätte? Hätten wir ein wunderschönes Utopia. Die Kolonien versorgen sich selbst und unterstützen einander. Die Nexus als Citadel. Nicht unter der Leitung von Tan. Und auch nicht unter meiner. Okay. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Ich dachte, ich sei als Pathfinder nicht geeignet. Direktor Addison hat Ihre Meinung. Ich habe meine eigene. Und wenn Sie sich uneins sind? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten Sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alienbauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von Ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich sechs Welten besiedeln. Okay. Aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun, denn ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Genau. Sagen Sie mir, wo mein Schiff ist, damit ich von ihr weg kann. Es wird gerade in der Andock-Bucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Ryder, mein Beileid zum Verlust Ihres Vaters. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Können Sie mir noch mehr Informationen über die verschollenen Archen geben? Nein, und das ist der beunruhigende Teil. Die Archen der Asari, Turianer und Salarianer sind einfach verschwunden. Falls Sie dieselben Probleme mit der Geißel hatten wie wir, befürchte ich das Schlimmste. Sollten Sie also irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte nach. Ohne die anderen Archen kann das Versprechen der Initiative niemals wahr werden. Gibt es noch andere Archen, die wir erwarten sollten? Wir hatten gehofft, die Quarianer würden ein Teil der ersten Welle sein. Aber vor dem Start 2185 erfuhren wir, dass sie technische Probleme mit ihrem Schiff hatten. Angeblich sollten sie auch Drell, Hanar und andere Spezies mitbringen. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie da sind. Okay, die Probleme kennen wir ja auch schon. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns, es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Unter ihnen auch viele unserer Anführer. Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson, ist tot. Wie ist Gian Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Gian Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Kandross hat erwähnt, dass sie auf die Geißel geprallt sind. Wie ist das abgelaufen? Kriminelle Elemente haben sich die Notsituation zunutze gemacht und die Ängste der Leute ausgenutzt. Anschließend kam es zu einem Aufstand. Uns blieb keine Wahl. Wir brauchten die Kroganer, um mit ihnen fertig zu werden. Sie schlugen die Meuterei nieder und die Verbrecher wurden verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ich bin sicher, wir werden noch von ihnen hören. Ihre Anführerin ist eine Gesetzlose namens Sloane Kelly. Sie war früher eine von uns. Wer ist diese Sloane Kelly? Sie war die Leiterin der Nexus-Sicherheit. Anfangs war sie gegen den Aufstand, aber dann wurde sie zur Verräterin und schloss sich ihnen an. Fehlgeleitete Sympathie für die Bürde des gemeinen Bürgers. Blödsinn. Sie waren eine direkte Bedrohung unserer Existenz. Es scheint hier nicht sonderlich viele Kroganer zu geben. Nein. Und ich bin darüber nicht traurig. Die Kroganer forderten ein größeres Mitspracherecht in politischen Fragen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Sie sind Muskeln, sonst nichts. Sie können kämpfen und schwere Lasten tragen. Als sie nicht bekamen, was sie wollten, sind sie gegangen. Mhm. Wir würden alle sterben. Was muss ich bei der Lebensfähigkeit eines Planeten berücksichtigen? Wenn der Planet Leben ermöglicht, brauchen wir einen Außenposten. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Und die Bedrohungen muss man eliminieren. Ob das nun die Cat oder andere Schrecken sind, die in Helios lauern. Wenn ständig Kolonisten ermordet werden, kann das entmutigend wirken. Eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung und Kartografierung des Geländes. Und vergessen Sie die Aufklärungsposten nicht. Die sind wichtig. Was können Sie mir über diese Aufklärungsposten sagen? Ich hatte schon befürchtet, dass Sie das fragen. Ich kann dazu nur wiedergeben, was die Techniker mir gesagt haben. Ein Aufklärungsposten ermöglicht Einsatzteams Bergbau und die Reparatur von Ausrüstung und sichert die Nachschubversorgung. Wer würde das nicht wollen? Aber da bisher jeder Kolonisierungsversuch gescheitert ist, bleibt das vorerst nur Theorie. Sie werden die Sache testen, Ryder. Hm, super. Was können Sie mir sonst noch über die Initiative erzählen? Sie stellt die größte Migration dar, die je in Angriff genommen wurde. Nie zuvor hat sich jemand über die Milchstraße hinausgewagt. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen. Was wissen Sie über die Anfangszeit der Initiative? Das, was die meisten darüber wissen. Jeanne Garson hatte eine Vision und machte das alles möglich. Sie war eine Unternehmerin auf der Erde. Wohlhabend. Jung. Für einen Menschen. Garson hatte die Idee für die Initiative Anfang der 2170er, glaube ich. Viele hielten es für unmöglich, die Milchstraße zu verlassen. Aber sie blieb hartnäckig. Und wie bei den meisten großen Ideen, waren die Zweifler im Unrecht. Warum sind Ihrer Meinung nach die meisten mitgekommen? Dafür gibt es tausende von Gründen. Einen für jeden Kolonisten hier. Was sucht ein Pilger? Normalerweise das Glück. Das, was ihm bisher verwehrt geblieben ist. Was ihn erfüllt. Wir können zwar niemandem versprechen, dass er es finden wird, aber wir ermöglichen die Suche danach. Die Nexus ist ein echter Schmelztiegel. Die Nexus ist die Heimat mehrerer Spezies der Initiative. Viele trafen vor den Archen hier ein. Wir hoffen, dass diese Station eines Tages den Regierungssitz in Andromeda bildet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was man sich dabei gedacht hat, auch Kroganer aufzunehmen. Wir Salarianer halten grundsätzlich nicht viel von Ihnen. Und meine Erlebnisse hier haben meine Meinung nicht geändert. Warum mögen Sie die Kroganer nicht? Es ist allgemein bekannt, dass Sie eine gewalttätige, ignorante Spezies sind. Vor langer Zeit haben Sie untereinander Atomkriege geführt. Ihr Planet war stark dezimiert. Was passiert, wenn Sie ihr naturell nach Andromeda bringen? Wir würden alle sterben. Als Direktor der Initiative haben Sie hier vermutlich das Sagen, richtig? Das hätte ich, wenn die anderen es zulassen würden. Sie sehen mich aber nicht als rechtmäßigen Nachfolger. Welches Problem haben Sie mit Ihnen? Ich bin nicht Jeanne Garson. Unsere Gründerin hatte Charisma. Sie war exzentrisch. Überlebensgroß. Merkmale, die ich gar nicht erst nachzuahmen versuche. Sie und ihr innerer Kreis kamen durch die Geißel ums Leben. Andere wurden von den Exzellenten getötet oder sind nie aus der Stase erwacht. Ich war zweiter Assistent im Ertragsmanagement. Dann starben alle sieben Personen über mir und die Leitung fiel mir zu. Hä? Dann sind Sie also ein Buchhalter? Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Wir alle sind zu mehr fähig, als wir wissen. Als ich jung war, übte die Erkundung des Weltraums eine große Faszination auf mich aus. Aber das Leben ist voller Umleitungen und ich schlug eine andere Richtung ein. Dann hörte ich von der Initiative und sah meine Chance, den nicht gegangenen Weg doch noch zu gehen. Und auch wenn ich vielleicht keine neuen Welten betrete, kann meine Autorität doch sicherstellen, dass Sie es tun. Natürlich. Tut mir leid. Ja. Und wie läuft das Ganze dann ab? Theoretisch kümmert Cash sich um den Betrieb der Nexus, Kandros leitet die Miliz und Edison hat die Kolonialverwaltung unter sich. Ich bin so eine Art Oberaufseher. Praktisch argumentieren, debattieren und schreien wir so lange, bis eine Entscheidung gefällt wird. Wenn wir Glück haben. Es kann einen wahnsinnig machen. Das glaube ich dir auch. Ja gut. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Sie werden feststellen, dass unser beider Zukunft vom Erfolg des anderen abhängt. Viel Glück. Vielen Dank. Danke.